Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7526 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Unser Arzt hat uns empfohlen, täglich mindestens 10.000 Schritte zu gehen. Dieses Ziel werden wir bald erreichen. Unser Arzt hat uns empfohlen, täglich mindestens 10.000 Schritte zu gehen. Dieses Ziel werden wir bald erreichen. Unser Arzt hat uns empfohlen, täglich mindestens 10.000 Schritte zu gehen. Dieses Ziel werden wir bald erreichen. Die Ausbildung zum Pferdewirt dauert drei Jahre und kann in verschiedenen Fachrichtungen absolviert werden. Gleich werde ich vor großem Publikum sprechen. Gleich werde ich vor großem Publikum sprechen. Gleich werde ich vor großem Publikum sprechen. Ich bin mental darauf vorbereitet. Innovationsfähigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um mit den sich ständig wandelnden Zeiten Schritt zu halten. Innovationsfähigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um mit den sich ständig wandelnden Zeiten Schritt zu halten. Wir kennen diesen Weg. Einmal die Woche solltest du deinen Pool säubern. Damit erhältst du den Wert des Pools als Bauwerk und als Wellnessort. Damit der Pool dauerhaft sauber bleibt, musst du insbesondere für sauberes Poolwasser sorgen. Einmal die Woche solltest du deinen Pool säubern. Damit erhältst du den Wert des Pools als Bauwerk und als Wellnessort. Damit der Pool dauerhaft sauber bleibt, musst du insbesondere für sauberes Poolwasser sorgen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like. Dann geht's. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020